Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von The Fool. Ähm, ja, wir haben es jetzt gepackt durch die Necron-Nekromenser-Stadt durchzukommen und besuchen uns jetzt in Steam-CD, also in Dampfstadt. Uh, der Roboter macht mir ein bisschen Angst, würde ich behaupten. Gut, äh, fangen wir mal ganz klein an. Also, Giftbox schon wieder. Die werden bestimmt irgendwo sind. Ah, wir können hier noch zusammensitze. Yay, wir haben ein Ticket. The fashion. Scissor ist der Spiegel, du siehst mal das Ding. Boi, 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 boi. Boxhandschuhe. So, Jojo. Ein Jojo. Loli? Hm, das ist doch ein Spiegel, aber okay. So ist der Level. So ist die Schere. Iceskates. Also Schlittschuhe. Haben wir die Schlittschuhe schon gesehen? Ja, da unten diese. Was? Was? Blowdryer. Äh. Oha. So hat Föhn. Giftbox Elefant. Haben wir warum? Äh. Habe ich den Elefant nicht schon gesehen? Ich glaube schon. Ah, da ist die Giftbox. Komm. Ah, da ist Föhn. Das ist Jojo. Wo ist denn's Jojo? Ah, da liegt's Jojo rum. Wisst du mal. War schon noch der Elefant und der Kump. Aber wo ist der Elefant? Meistens sind Porzellanlade. Aber, okay, da ist der Kump. Der Kamm. Ah, so. Ein Weiß. Ein Elfenbein Weiß. Okay, jetzt haben wir schon Ticket. Aber das wird ja wahrscheinlich Daniel annehmen, oder? Ah, okay, doch. Er lässt mich schon gleich rennen. Wow. Steam Magazine. Fix the airship and build a free flight. Ah, okay, das muss ich teilen, wo ich brauche. Tourist notice. Welcome to Steam City. Also willkommen in Steam City. We have you acid the rain for 9M. Okay. Ooh. Der lässt mich nicht rein. Okay. Okay. Plus you cannot end the build only. Okay. Jetzt ist 9-0. Ich muss mich als Roboter ausgeben. Ach, jetzt löscht ich mich rein, konnte ich. Ah, nicht schlecht. Ach, nicht schlecht. Okay. Ich glaube, hier fehlt irgendwas, oder? Sieht ganz schön. Komponiert aus. Ah, das Rätsel ist, wenn ich die ganze Menge auf die Punkte bringe. Gut. Gut. Ja, lass' den Boden muss in die Ecke. Gut. 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 Okay, okay, okay. Ist jetzt ein bisschen umständlich, wie ich es mache. Ah, ich habe auch nur eine gewisse Anzahl von Zügen. Ich verstehe. Nee, 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 nee. Ich will nochmal. Reset. Gut, ich habe auch nur eine gewisse Anzahl von Zügen. Das war mir jetzt eben gerade nicht so bewusst. Alter, jetzt regnet es schon wieder. Was ist denn? Das geht kack. Jo, wir haben einen Schlüssel. Ich glaube nicht, dass der hier passt. Schlüssel ist doof. Hier komme ich nur rein, wenn ich ein Roboter bin. Schleasering. Nö, mir fehlt irgendwas. Ach, das ist ein kleiner Roboter. Ja, ich habe aber im Moment noch nichts hier. Kann ich noch eins zurück? Ich brauche nur mal Ticket oder was? Ist doch dann gut. Ich kann hier was tun, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht kann. Boxe hat etwas zu tun mit den Accessorien. Gut. Ja, ich habe es verstanden. Ich lasse mich nur rein mit dem Anne. Hit you here about the energy storm. Ja. Bringt mir auch nichts. Das muss ich reparieren, das Ding hundertprozentig. Ah, hier sind noch keine. Das wäre die Karten, wo ich brauche, für in die Fabrik zu gehen. Nochmal zurück. Ich muss nochmal kurz in die Fabrik. Sorry. Yes. Yes. Train pass. Ah, das ist super. Oha. Try this. XXOO. Kann ich die Teile? Nö, irgendwas muss dort dran, aber ich weiß es noch nicht was. Gut. Oh, hier darf ich ein Wimmelbildspiel machen. Das ist geil. So, einen Stuhl. Stuhl steht hier. Das ist sogar Kackstuhl. Engine Propeller. Das hier. Robot Hand. Hätte ich alle Teile für ein kleiner Roboter-Kostüm zu bauen, wenn es so weitergeht. Oh, nicht schon wieder Regen. Das ist doch Abacus. Flaskus Fisch. Die Ratte. Betrohlen. Betrohlen. Muss der sein. Glasstärken, Glases, ein Toastau, der Toastau, der Toastau ist vorhin, ein Mubi, ah der Glaserfisch da, endlich hat er eh wieder aufgehört. So, irgendwas muss ich nur machen, dass ich die aufgräber schreibe, movie, ah, doch, movie, wo ist der movie, wo ihm, wo ihm, wo ihm, wo ihm, ah, Ah, der Propellergrät, okay, hm, aber ich muss an den Zug, weil ich gehe aus, Ich gehe stark davon aus, dass ich am Anfang, hm, jetzt eine Schlüssel in einem Koffer brauche. Oha. Ich darf für ein Wimmelbildspiel machen. Äh, also, Flowers, ist immer die Frage, was man als Blube, das ist Blube. Fuchsschwanz. Fuchsschwanz. Umbrella ist, äh, äh, Halsschirm. Genau, ist ein Regenschirm. Aber wo habe ich jetzt, äh, 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 na, Zeitmöchner. Okay, das ist endlich ein. Die Katja. Ein Fohn. Der Hut. Wo ist es, Fohle? Schokolade. Ja, Schokolade wäre jetzt was. Schokolade. Schoko. Wo habe ich eine Foxtail gesehen? Also, Fuchsschwanz. Es gibt zwei Arte. Entweder denne. Entweder denne, wo er genutzt zum Schneiden. Oder denne, wo der Mann, der Fahrer, ans Auto hängt. Ich hoffe jetzt nicht denne. Doch, was war der? Coffee-Ger-Ger-Gender, äh, Grindr. Eine Kaffeemalmühle. Wieder. Snowman hatte ich doch auch schon gesehen. Der ist da. Und Shampoo. Shampoo? Und das denn? Jo. Habe ich sonst noch was hier? Dann fahren wir wieder zurück. Jetzt sehe ich aus wie Roboter. Jetzt darf ich wahrscheinlich in das Ende Lokal rennen, oder wie? Hm. Jetzt lasst er mich aufbauen. Ah ja. Ach, geht mal in das Dorf. Hier kann ich wahrscheinlich wieder raus. Zivilklappische Eis, oder irgendwas. Das hat mir jetzt aber nicht viel gebracht, hier da reinzukommen. Ice Cream, Ice Cream, Ice Cream, Ice Cream. Okay, hier komme ich wieder raus. Irgendwo komme ich dann hier hin. In die Hinderhof. Die Hinderhof. Was? Der U-S-Suchte da, du Hinder. Oh, ist Kätz hier drin? Tja. Tja. Gut, ich habe hier schon ein paar Sachen. Kann ich das hier geben? Auch nicht. Kann ich das hier? Auch nicht. Hm. Nö, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Kann ich hier noch was tun? Nö. Das Problem ist, ich kann hier keine Teile rein tun. Halt, ich habe was gesehen. Die Frage ist, dass ich schon ein Teil hier rein muss. Aber ich glaube nicht, dass die Teile da auch noch drin gehören, oder? Okay, das gehört auch noch dazu. Bist du vielleicht noch? Bist du vielleicht? Oh, nein. Alter E, F, 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 Y. Irgendwas muss ich noch machen, aber ich sehe es gerade nicht so. Aber was über sie, ich schwöre. Show your ticket, this ring. Ja, ich habe kein Ticket. Ich habe... Warum wird mir das Ding doch hier so angepriesen? Die will unbedingt Eiscreme, aber ich habe keine Eiscreme. Der will eine Uhr haben. Oder der sucht auf jeden Fall. Alter, der sucht auf jeden Fall eine Uhr. Du solltest mir nicht kaufen, wenn du nicht hast. Ja, okay. Sie hat die Uhr. Aber sie will Eiscreme haben. Also... I'm a bartender. Nice to meet you sir. Okay. Sie will Eis haben, aber hier gibt es kein Eis. Also wo kriege ich Eis her? Was braucht er? Was braucht er? Ich habe immer gesagt, dass er bald eine gute Artistin wird. Mit einem T-Leader in einem Krankenhaus. Ah, okay. So, ich nehme mir schon mal das Ticket. Gut, Koffie, Strong Coffee. Okay. Also mir... Ah, hier ist jetzt auch noch ein Ding. So schnell kann es gehen. Wir haben schon mal das Fahrrad. Swin-Spiel? Five. Mit Panda? Mit Ding. Mit Mixer. Aquarius. Wo ist der Kaffee? Kaffee ist wichtig. Wo ist der Hive? Chew. Die Orange. A Heads. Wo ist ein Heads? Puh. Aquarium und Heads fehlt mir noch. Aquarius. Aquarius und ein Heads. A Heads in Form vom Heads? Oder ein Heads wie richtiges Herz? Das ist die Frage, das wissen wir bei den... Ah, da ist Aquarius. Wassermann. Oh. 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 Das war meine nächste Folge Suche. In dem Sinne. Haut rein. Genießt den Tag. Und... Tschüss. Und vergesst bitte nicht mich zu abonnieren. Und Mutzi Teile. Es hilft mir ungemein weiter. Und zeigt mir, dass es richtig ist, was ich tue. Tschüss.